Eine einfache Drehung am Ventil und es ist ab. Das macht das Reinigen des Ventils und der Dichtung zum Kinderspiegel. Das Ventil kann auch bei laufendem Wasser einfach wieder installiert werden. Auch das Ausschalten des Ventils wird mit der bequemen Schnurrverriegelung noch einfacher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017